Liebe Freunde des Kanu-Sport und die, die es noch werden können, im Namen der Kanu-Welt-Buchze sage ich herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von wochenaktuell. Seit heute ist die Schule wieder losgegangen, aber Kanu fahren kann man natürlich trotzdem noch. Dazu haben wir nachher gerade eine Aktion, die ich noch einweisen möchte. Aber zuerst unser Ausblick auf diese Woche. Nachdem es heute am Montag mal wieder geregnet hat, soll es jetzt immer besser und wieder warm werden. Ja, in Richtung Wochen sind es sogar wieder sehr heiss. Perfektes Wetter zum Kanu-Fahren. Man hat nicht mehr so viele Touren im Angebot wie während der Sommerferien. Aber man kann immer noch Kanu-Fahren, zum Beispiel Kanu-Mieten. Und Kanu-Mieten ist ein gutes Stichwort, das leitet mich immer zu unserer Aktion. Relex, dein persönliches Reisebüro hier in Stanz, hat uns solche Bags zur Verfügung gestellt, die wir unseren Kunden abgeben dürfen. Wir haben uns entschieden, dass jeder, der unter der Woche kommt, einen ganzen Tag ein Kanu mieten, CKH oder Kanadier, egal, der kommt so einen wasserdichten Beutel geschenkt über. Sehr coole Aktion von Relex. Also, wir können es schön sagen, die Nachdenferien ist vor der Ferie. Also wenn ich die nächste Ferie plane, dann möchte ich das sicher hier. Und kommen jetzt, nach der Sommerferie, bei uns noch Kanu-Mieten den ganzen Tag. Und ihr kommt so einen Beutel geschenkt über. Ich hoffe, das ist noch ein Argument mehr, bei uns zum Paddeln zu kommen. Und ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Bleibt gesund. Hebt Sorge zueinander. Tschau zusammen.